ein paar Community Games mit euch zu spielen. Wenn ihr solche geilen Games selber spielen wollt, ne? www.esl.eu slash de Raute slash de Raute SC2 Raute 101 Raute Nationalländer Dann seid ihr dabei. Wieso Raute? Steht da, was weiß ich warum. Aber eine Raute. Hab ich doch einmal gesagt. Okay, dann hab ich mich verhört. Was hab ich denn gesagt? Du hast gesagt esl.eu slash de Raute slash de Raute slash Darkcroft 2 Raute slash 101 Raute slash Nationalländer Nein, bist du gescheuert? Verine, was ist denn bei dir los? Echt jetzt? Im Ernst, hab ich das so falsch verstanden? Nein. Einmal hab ich es auf jeden Fall gesagt. Da hab ich es halt vorgelesen, weil deine Raute ist.